Mit Netzstrom geht bei der Digitalisierung im Messwesen den nächsten entscheidenden Schritt. Der grundzuständige Messstellenbetreiber der NBAM-Gruppe hat ab Februar 2020 mit dem flächendeckenden Einbau der intelligenten Messsysteme im Netzgebiet begonnen. Vorgesehen ist, bis 2032 schrittweise rund 200.000 intelligente Stromzähler einzurichten, um damit die Energiewende und den Klimaschutz weiter voranzubringen. Das Unternehmen versteht sich bei der Einführung intelligenter Messsysteme als Komplettdienstleister für andere Messstellenbetreiber. Ob Auswahl und Beschaffung der Zähler, Einbau oder Betrieb, Störungsbeseitigung, Datenmanagement, Abrechnung und Bilanzierung – unser Angebot deckt alle Bereiche ab. Intelligente Messsysteme sind ein wesentlicher Baustein für eine intelligente Stromversorgung, die Grundlage für die Energiewende ist. Sie übertragen wichtige Messwerte an die Messstellenbetreiber. Der Datentransfer erfolgt verschlüsselt über eine gesicherte Verbindung. Mit den Daten aus den neuen Messgeräten werden wir zukünftig die Stromversorgung sehr viel stärker steuern. Das müssen wir tun, weil die Energie aus erneuerbaren Erzeugern sehr stark steigt. Die neuen Messgeräte erhalten zunächst alle Stromkunden, die einen Jahresverbrauch zwischen 6000 und 100.000 Kilowattstunden haben. Wir sind vom TÜV als sogenannter Smart Meter G2-Administrator zertifiziert. Das heißt, wir erfüllen höchste Anforderungen an die Sicherheit der Daten. Darauf können sich unsere Kunden verlassen. Mitnetzstrom bereitet sich seit Jahren intensiv auf die Einführung intelligenter Messsysteme vor. Das Unternehmen hat eine Anwendergemeinschaft gegründet. Hier gehören mehr als 60 ostdeutsche Messstellenbetreiber an. Die Unternehmen sind für rund 3,3 Millionen Stromzähler zuständig. Das sind knapp ein Drittel aller Stromzähler in Ostdeutschland. Um vor allem bei der Datensicherheit auf Nummer sicher zu gehen, unterhält Mitnetzstrom gemeinsam mit der Hochschule Merseburg ein Prüflabor. Zudem hat das Unternehmen mit dem Merseburger Start-up Exceeding Solutions entsprechende Prüfsysteme entwickelt für Messstellenbetreiber, Prüfstellen und Hersteller. Dank der Einführung der sicheren Lieferkette ist auch der manipulationssichere Transport der intelligenten Stromzähler vom Produzenten bis zum Kunden gewährleistet. Auf Wunsch bildet das Unternehmen für andere Messstellenbetreiber auch Trainer aus, die ihre Mitarbeiter für die sichere Lieferkette schulen.